Ich auch. Wenn sie mal laden will. Mein Problem ist, mein Internet spackt gerade so ein bisschen rum. Es dauert mir leider etwas im Moment. Jetzt sehe ich noch nie mal. Keine Ahnung, wir kriegen es nicht geschissen. Wir sponsern in jedem Land hunderte Millionen dafür und hunderttausend dafür und ich bin es nicht geschissen. Alter, ich war in Pol hin. Ich fährst in Polen über die Grenze und war es permanent 4G. Ich fährst hier aufs Land und du bist verloren. Ja. In Schweden. Ich war ja in Schweden ein paar Jahren. Auch mega das geile. Soll ich dir mal einen reinhauen? Ja, also bislang noch nicht tot. Mein Problem ist auch tatsächlich, äh... Wir sind jetzt erst alle Spieler geladen. Beziehungsweise, wenn ich mal alle. Ja, das ist fair. Ich bin jetzt kein so ein Bombenkrat. Alter, kippt nur das Rohr über den Bombenkrat. Das ist schon wieder so ein Tier. Was ist das? Ja. Das ist fair. Geil, der ist jetzt so. Das ist ein Hutschrauber drin. Der ist im Mund. Was? Alter, ich verstehe gar nicht. Ein Abschlusshebiges krieg ich. Ich hab mit einem M.G. gerade eben mal Hutschrauber. Geil. Einen kleinen Scheißer M.G. den Hutschrauber runtergeholt. Wenn er nicht überhaupt nicht konzentrieren hat, denke ich. Ich hab nur eine Abschlusshilfe gekriegt. Der hat sich auf einen anderen Platz gekriegt. Aber ich hab dir ordentlich mitgegeben. Kritisch gehabt. Oh, ich werd hier unten schon rot angezeigt. Und da angreifen. Mega! Egal. Wollen wir mal ein bisschen zurückfahren. Ja, da. Krass. Ja, auf dem habe ich das jetzt tatsächlich auch richtig geilen Spiel gemacht mit dem Heli. Weil er nämlich, äh, da wo sonst immer A ist, stand wer, also ein Rüsse, und wollte einen von unseren K. So. Ich Rakete abgefeuert. Bahnen weg war er. Ja, das ist hier recht, äh. Und zwar, das meine ich. Nicht gesehen. Aber ich stehe schon fast. Ich glaub, wo wir die sind, oder? Ja. Ich rede die Spatter, was ich bewirken kann. Höchst wahrscheinlich gar nichts, aber egal. Das ist ja super, oder? Oh, das könnte ich jetzt mal ein bisschen dauern. Oh nein, die konnten flachsen. Das ist ja super. Ja, ich bin hier gerade im Heli, das könnte lustig werden. Oh Gott, ich krieg zwei Pingse. Laserballung. Au. Jet. Scheiße. Oh Gott, hier ist ein zweites. Ähm, anscheinend. Ich bin leider tot mit Meili. Da war leider so ne Ming. Spaß. Mach's langsam beim Nachsaalan. Hm. Von hinten. Egal. Ist ein Flugzeug drin? Ja. Also eine Ming war da gerade eben drin. Und ein Heli ist drin von den Gegnern. Nee. Flugzeug ist das. Das Flugzeug wird jetzt von der Flugweg gemacht. Wir sind Hochbeller auf Maschine. Das war's mit der Flugbeller Maschine. Mit der kannst du... Oh, dann kann's gar nicht... Je nachdem. Wenn wir nicht schleunigst etwas unternehmen, dann wird der Feind den Weg davon tragen. Entschuldigung, Alter. Ah, wir kriegen gar andere Probleme. Wenn hinter uns vielleicht gleich wer kommt oder irgendwas. Was ist das? Ich bin ganz sicher, aber ich glaube es lohnt sich nicht noch mal reinzuschnippen. Ich habe weniger.